Freunde des guten Geschmacks, willkommen zu einem neuen Video von Tasty Lids. Heute machen wir eine oberleckere und vor allem super schnelle Spitzkohl-Hackfleischpfanne, so wie meine Mutter sie früher häufig zum Mittag gemacht hat. Das perfekte Essen im Herbst und Winter und natürlich für regnerische Tage. Den Anfang macht dieser Kollege hier, das ist ein Spitzkohl mit einem Gewicht von um und bei einem Kilo. Den werde ich jetzt zunächst mal halbieren und dann in Viertel schneiden. Denn ganz wichtig ist es beim Spitzkohl, dass ihr den Strunk entfernt. Da stecken Bitterstoffe drin, außerdem wird das Ganze nicht so wirklich zart und weich beim Kochen. Also gerne großzügig mit dem Messer abschneiden und wie gesagt den Strunk entfernen. Wenn das geschehen ist, dann könnt ihr den Spitzkohl in mundgerechte Stücke schneiden. Da müsst ihr jetzt nicht super penibel vorgehen, weil der Spitzkohl später in der Pfanne oder im Topf sowieso noch ein bisschen zusammenfällt und kleiner wird. Also einfach so ein bisschen grob durchhacken, dass ihr schöne mundgerechte Stücke bekommt. Und wenn das geschehen ist, dann können wir uns auch schon auf die andere Seite der Küche begeben und zwar zum Herd. Und dazu schnappst du dir jetzt erstmal einen großen Topf oder eine große Pfanne und gibst ein bisschen Olivenöl da rein. Und jetzt wird unser Hackfleisch angebraten. Ich benutze hier 350 Gramm Hackfleisch vom Rind. Das Ganze kann jetzt richtig krümelig und leicht braun angebraten werden. Dabei immer gerne mal umrühren, damit nichts anbrennt oder zu stark ansetzt. Wenn das Hackfleisch dann gut gebräunt ist, dann gebe ich ungefähr ein Esslöffel Tomatenmark mit dazu, rühre das Ganze ein und lasse alles ganz kurz mit andünsten und ein bisschen anbrennen. Außerdem würze ich schon mal mit einer guten Prise schwarzem Pfeffer und mit einer guten Prise Salz. Und dazu kommt dann unser vorbereiteter Spitzkohl. Ich habe den nach dem Schneiden noch gewaschen und noch ein bisschen abtropfen lassen, falls noch irgendwie Verunreinigungen dran sein sollten. Der Spitzkohl wird jetzt ebenfalls gut mit angedünstet. Manchmal ein bisschen umrühren, damit nichts anbrennt. Und dann gebe ich noch eine Kartoffel mit dazu. Das ist eine kleine rohe Kartoffel, die reibe ich einfach mit einer Feinreibe mit in den Topf. Das sorgt dafür, dass später die Soße in Form der Brühe gut abbindet und euer Einstopf nicht zu flüssig wird. Und ihr könnt hier auch schon wunderbar sehen, wie der Kohl leicht zusammenfällt. Immer mal ein bisschen umrühren, ein paar Minuten andünsten lassen und schließlich geben wir dann noch unsere Gewürze mit dazu. Ich habe hier zwei Esslöffel edelsuches Paprikapulver und außerdem ein Esslöffel geräuchertes Paprikapulver. Ich empfehle euch das unbedingt mal auszuprobieren, denn das gibt diesem Eintopf einen richtig schönen Geschmack. Dann lösche ich alles mit 300 Millilitern Gemüsebrühe ab und schließlich kommen noch ein paar Gewürze in Form von einem Viertel Teelöffel Kümmel mit dazu. Der unterstreicht Ihnen das Aroma, sondern hilft auch bei der Verdauung. Außerdem kommt ein bisschen Muskatnuss mit hinzu. Ich habe hier einfach eine kleine Prise frisch geräbene Muskatnuss dazugegeben und weiterhin dürfen natürlich eine gute Prise schwarzer Pfeffer und Salz nicht fehlen. Alles wird jetzt einmal kräftig umgerührt und damit sich das volle Aroma dieses Eintopfs entfalten kann, da lasse ich ihn jetzt noch so ungefähr 10 bis 15 Minuten sanft köcheln. Am besten auf mittlerer Hitze, rühre dabei immer mal um, damit nichts ansetzen oder anbrennen kann und dann ist dein Eintopf auch schon fast bereit zum Servieren und zum Anrichten. Dazu nehme ich mir einen tiefen Teller und gebe eine ordentliche Portion von diesem lecker duftenden Spitzkohlhackfleisch Eintopf in diesen Teller. Und was als Kontrast zu diesem wärmenden und deftigen Eintopf richtig, richtig gut passt, das ist ein kühler Dip beispielsweise Sour Cream, Joghurt oder einfach ein bisschen Kräuterquark. Ich verlinke euch gerne mal das Rezept für meine Sour Cream. Das findet ihr zusammen mit dem Rezept für eine leckere Folienkartoffel. Außerdem dürfen noch ein paar frische oder tiefgekühlte Kräuter nicht fehlen. Schnittlauch, Petersilie, wo auch immer ihr Lust drauf habt, eine Prise Salz, eine Prise Pfeffer und dann kann euer Essen auch schon serviert werden. Ihr seht also, so schnell und einfach ist dieser wunderbare Herbsteintopf aus Spitzkohlhackfleisch dann auch schon fertig. Ich verrühre gerne alles miteinander, dann schmeckt mir dieser leckere Eintopf an so einem regnerischen Tag wie heute besonders gut. Ich würde mich jetzt aus dem Riesig freuen, wenn du diesem Video einen schnellen Daumen nach oben gibst und den Kanal von TastyBits hier auf YouTube gleich abonnierst. Dann verpasst du in Zukunft kein neues Video mehr von mir. Jetzt aber ganz viel Spaß beim Nachkochen, natürlich wie immer einen guten Appetit und ich freue mich auf dich im nächsten Video. Mach's gut, bis bald.